Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video der Update-Reihe. Hier schauen wir uns mal die Skins der Norse Collection an, denn da ist auch einiges Leckeres dabei. Wir fangen einfach ganz oben an mit der ABP. Die sieht sehr nice aus, im Blau gehalten, also für Blau-Fans optimal. Und diese Eingravierungen am Lauf, am Scope und so weiter sind sehr schick. Dann ist hier ganz besonders die Negev oben mit dabei und zwar als Mjörnir, also dieser Hammer von Thor, oder? Wird ja nicht so geschrieben? Ich glaube schon, da vorne ist auch drauf. Das ganze Ding ist schon schön gestaltet, aber insgesamt jetzt nicht meine Wahl, der Qual. Wohingegen die Emerald Jürgen doch sehr schick aussieht. Ja, obwohl, warum ist denn da vorne die Kante nicht? Ist hier ein Fehler, oder was? Die ist angeblich in FN und ist hier vorne einfach komplett weggekratzt. Ist das normal? Bei genauerem Hinsehen ist sie jetzt auch nicht so hübsch. Ja, von weiter weg, grün, wow. Aber wenn man dann diese Schlangen... Gut, das ist ein Drache, ne? Das ist, äh... Naja, naja, komm. Ich denke, man muss wirklich auch so ein Norse-Fan sein, um die ganze Collection halt zu lieben. Ich kenne einige, die gerne, ne, diese, diese nordischen, also ich, ich, da kommt das her, oder? Norse, Norse, Norseman war eine lustige Serie auf, auf Netflix. Man muss diese nordischen Sachen mögen, diese Tribals und, und, äh, Götter, Wotan. Deswegen ist das hier jetzt auch nicht, nichts für mich Jörmund-Gandr. Ich finde es viel schöner, wenn man einfach Jürgen sagt, anstatt Jörmund irgendwas, oder? Die Astral-Jürgen hat schon was. Schon lecker Teilchen. Ja, komm. Brass. Ah. Die gibt's auch als Pibi-Bison, glaub ich, die Brass. Naja, also... Ja, Skat-Twenty halt, ne? Was soll ich sagen? Die Frost-Barbara. Die? Seit wann sieht man denn da drin die Shell? Die, die Shotgun-Shell. Ist das schon immer? Die gefällt mir jetzt besser. Besser als die letzten drei. Ich hab natürlich nichts gegen solche Norse-Geschichten. Nur hat gerade, es passt wieder wie die Faust aufs Auge meiner Freundin. Ich glaub, vor zwei oder drei Tagen haben wir uns, hatten wir Freunde da und sie, wir haben uns unterhalten. Und sie hat dann erzählt, welche Serien sie schaut. Und sie schaut halt viele solche, diese ganzen Netflix und, äh, Amazon-Sachen, die halt so... Norseman ist halt diese lustige Sache, die hab ich auch mitgeguckt, die fand ich lustig. Und sie schaut halt gerne solche nordischen, keltischen, mittelalterlichen. Bevor ich weitererzähl, mach ich mal die nächsten Skin auf die Kopperbocke. Ähm. Und ja, sie hat das dann so dargestellt, als würde mir das gar nicht gefallen. Also ich, ich weiß auch nicht, mein Interesse liegt da vielleicht nicht so sehr auf der, in diese Richtung halt. Sie hat so viel Geldbeutel. Boah! Leute! Ist jetzt nicht so cool wie die Emerald. Aber kommt schon gut ran, ne? Es gibt die Emerald und es gibt die Quartz. Gut, ich weiß nicht, ob es ne, äh, sie sind schon als Quartz-only gab. Aber die Emerald kennt ja sicherlich jeder, die komplett Emerald-Farben nachhalt. Und jetzt ist hier ne Emerald-Quartz am Start. Ich hab ja gar keine Emerald, okay. Wolltest du euch schnell zeigen? Naja. Doch auf dem zweiten Account. So, die kennt man ja. Ich find, die sieht geiler aus. Die Emerald an sich, ne? Die ist schicker. Aber die geht auch. Ja, ist halt dunkler. Ja, und dann haben wir noch die Pathfinder. Die ist, äh, jetzt... So. Die Pyre. Die sieht wiederum besser aus. Ein bisschen wie diese Gunsmoke. Oder, oder, oder Ironsmoke. Ne. Irgendwas mit Smoke. Da kommen sogar noch einige hier, seh ich grad. Da gibt's ja nochmal ne Quartz. Ne Moss-Quartz. Da muss man, glaub ich, schon ganz großer Moss-Fan sein. Ah, guck mal, die Chainmail. Na, also. Die hat schon ein bisschen mehr. Ja, gut, Pepp will ich jetzt nicht sagen, aber Gold halt. Aha, ne Redstone Scout. Hm. Okay. Ne Tornado Galil. Was, was haben sie da jetzt gemacht? Was sind sie jetzt hier? Sind die Ideen ausgegangen? Ne Scorched. Warum, warum machen die solche Skins überhaupt dazu? Also glaubt ihr, es gibt hier irgendeinen Menschen auf der Welt, der sich sagt, ah, Scorched. Ich sammle alle Skins in Scorched. Irgendwie nicht, oder? Welcher Designer macht sowas? Was mach ich heut? Scorched. So, ne Neidborre. Ich mach ihn wieder ein bisschen minimal schicker. Wobei wir halt auch von oben nach unten gegangen sind im Rating, ne, so, ja. Und zu guter Letzt die Barrikade. Ja, gut, oder? Soviel zu den Skins der Norse Collection. Heute werden auch nochmal mehrere Videos kommen. Ich freu mich natürlich, wenn ihr reinschaut. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und, äh, ja, morgen im Livestream. Haut rein. Ciao, ciao.